Wo halten sie den Hass an? Weißer zweistöckiger Bau am Stadrand. Zivilisten sind weg. Das Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Nächstes Dorschlupf. Und damit herzlich willkommen hier auf CreploTV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare 2. Wir jagen immer noch Hass an. Und es geht los. Ich mach mal die Tür auf, ne? Da oben ist Team 2. Alles klar, sehr gut. Auf geht's. Wo schießt du denn? Wieso sicht ich denn? Das ist ein Tor. Geist du denn? Das war die Tür. Was ist ein Tor. Und es geht weiter. Einschlagen. Das Kartell bringt Gewalt und sie fliehen. Hatte dich bereit. Genau. Spanisch ist auch eine geile Sprache, ne? Ich halte das Geheimbruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnon. Los jetzt. Hier haben sie Hassan versteckt. Reiß den Pizzeil über. All die Equipen, liste für die Kontenzen. Prefieren für die Plätze. Avanza, Avanza! So, dann gucke ich mich nicht mehr um. Sicher, kein Hassan. Erster Stock. Warum machst du denn die ganze Arbeit? Sicher in den Raum. Ich gebe Deckung. Simtex. Wir haben Hassan in der Enge. Rinder. Dann muss er ja hier sitzen. Kein Hassan. An alle Viktors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Nennen Sie das. Sie müssen ihn verleckt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten. Seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Commandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. Neutral. Rücksicht sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer werden kommen. Sie sind sicher. Rücken wir auf. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht fremd. Diese Truppen arbeiten für das Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Okay. Nicht teuren. Wir verschenzen uns, bis meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepanzert. Hm. Ich sehe es. Nicht teuren. Lasst sie rankommen. Keine Wumme. Feuer frei. Wir sind gepolzert. Wir müssen hier nachziehen. Wacht. Wir setzen Schilder ein. Oh Gott. Alter, Entschuldigung. Oh Gott. Ich wollte nur nachladen. Das haben die mir reingeworfen. Das haben die mir reingeworfen. Go, 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 go. Go, 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 go. Die Armee ist direkt hinter uns. Copiado. Wir sind unterwegs. Den Hügel runter. Wir schütteln sie in den Bergen ab. Halsschwermann und in der Nähe bleiben. Rodrigo! Sniper? Die Armee hat uns. Die Armee hat uns. Die Armee hat uns. Wo wurde es noch getroffen? Waffe, Panzer? Alles gut. Bleib an. Scheiße. Sanchez hat's erricht. Erledigt. Alles gesichert? Vorderst. Wir müssen weiter. Los. Wann er mir da? Lass es dir mal aufladen, ich denke. Achso. Von hinten. Kommandos! Kommandos! Ich muss sofort die Gäber vor ihr und bei der in Rio de los Anmels. Bitte bestätigen! Kommandos! Hör dir mich! Was, Lars? Vorher, da kommen noch mehr. Weiter. Hast du was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Gut, da! Dann weiter. Hier durchs. Die Berge blockieren den Funk. Ob dein Mann durchgekommen ist? Hoffen wir es. Wie lautet der Plan? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Und wer nicht? Hey! Achso, der hat eine Rüstung. Der hat eine Rüstung! Wo ist der letzte? Wir können weiter! Okay, gut. Was annimmt, zu mir! Wir müssen wir springen! Schaffen wir das? Wenn nicht selber wir den Mann. Alter, weiter. Doch nicht. Schaffen wir das? Wenn nicht selber wir den Mann. Das hättest du mir mal vorher sagen können. Wir sind nicht weit weg. Wo denn jetzt, Alejandro? So, weiter vorwärts. Rodriguez, versuch's weiter am Funkgerät. Der Rest sucht nach's Abschützen. Da der Vorsprung. Es gibt einen Weg dem Berg hinauf. Wollst du was? Sie sind da draußen. Glaub mir. Kommando, hier Victor 1. Hört ihr mich? Du musst runter springen, Schaub. Oh. Victor 1, Kommando. Hört ihr mich? Mach' ich. Okay, hier geht's nicht hoch. Wir sind bereit zum Handelhof, Soap. Komm hierher. Da ist er doch. Hey. Hey. Verstanden! Sicher! Den Hügel hoch! Es ist die Schweizer Brücke! Können wir nicht den Heli mopsen? Lass uns den Heli mopsen! Fallschirm? Haben wir nicht einen Fallschirm? Ah, Jens! Diese Klippen sind gefährlich. Du kennst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt und hier gespielt. Bis die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Scharfschüsse! Bewegung! Lass uns den Hügel hoch! OO! Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden Boden gut machen. Bewegung, Sergeant! Das ist ja schon geil spannend hier. Wir springen von hier! Verliere deine Waffe nicht! GERANIMO! GERANIMO! Nein, doch! GERANIMO! 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 Jetzt haben wir was auf Roger vor! Ich versuch' uns runter zu Brücke! Die Felsen als Deckung nutzen! Sonne Einheiten! Hier wiegt er 0 1. Hört mich jemand. 0 1. Hören sie! Erhole. Hören sie mich! Das Funkgerät empfängt was! Klingt amerikanisch! Wie war hier! Oh, in die Säcke. Die Klöte weggeballert. Nein, das jeppe doch nicht. Hetzlein. Wo sind meine Bois eigentlich? Ich tauche. Der Fluss bremst durch Kumpel. Oh, ich habe nur noch 13 Schuss. Fahrzeuge auf der Brücke. Sind nicht von uns. Scheiße, die Armee. Entdeckung. Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Wegen dieser Panzerung richten wir einen Scheiß aus. Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich eurer Position an. Nachfeuer. Werden Sie verletzen? Commander Graves, Shadow Company. Sie gehören zu uns? Shadow 1, Bravo 07. Gut geschossen. Treffer. Alle Einheiten. Keine Feindbewegungen registriert. Ihr seid sicher. Schön, euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel. Da lang. Graves, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, womöglich haben wir Hassan geortet. Zwei Kilometer nördlich eurer Position. Unwürglich. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein. Los geht's. Ich fahre. Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1, Ende. Na los, die Geschosse ins Rohr. Ja, Commander. Navigation, Kurs auf die Anlage. Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf. Wir fangen gerade erst an. Verstanden. Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir. Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist lang, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören. Die Jungs da unten. Mexikanische Spezialeinheiten. 1-4-1. Sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Ja, gerne. Okay. Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1. Wir sind östlich der Anlage. Wurde Dune markiert. Oh, wie egal. Was ist denn ab? Bestätigt. TV, Verbündete sind mit IR Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. So, wo sehe ich die? Shadow 1, Bravo 07. Wir setzen IR Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Over. Ich sehe nichts. Sichtkontakt zu Verbündeten bestätigen. Temmalsicht. Okay, gut. Da unten. TV konzentrieren. Augen auf unsere Jungs. Ja, sehe ich. Sicht bestätigt. 07. Markierung bestätigt. Nichts klicken, ranzoomen. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen. Wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07. Verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Verstanden. Schöne Anlage. Mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Seht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scant weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Shadow 1, wir haben Ziel im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. Gewächshaus? TV auf diese Gruppe ranzoomen. Ich will Identifikation von Hassan. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armekon-Boy hold auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 Millimeter, um Kollateralschäden zu minimieren. Machen wir etwas Musik. Dann mal los. Alle Shadows, Feuerabschäden im Gebäude. Ups. Ha. Entschuldigung. Das ist das Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Was? Mit der Verzögerung. Nicht auf die Gebäude feuern. Hm. Das Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Das Gewächshaus hat Priorität. Zurück zum Gebäude. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Ziele überprüfen. Zivilisten im Gebiet. Guter Schuss. Wo sind noch Leute? Da. Treffer. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle Sichtwarn Ziele ausgestattet. Genau, würde ich auch sagen. Shadow 1 bestätigt. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht. Weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Ei. Vorstoß. Wachen Sie, wachen Sie. Auf Flüchtige achten. Unbekannte kommen gerade aus den Stellen. Gerne nach Hassan. Bewaffnete Einheiten. Nicht kontrollieren. Feuer von Zivilisten. Land halten. Feind getroffen. Waves. Negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Du bist aus dem Gebäude raus. Geht nach Norden. Roger. Unterwegs. Projekt wird es los. Macht das Gebäude flach. Jetzt. 07 verstanden. Nahfeuer. TV. Grünes Licht für 40 Millimeter. Unterstöre das verdammte Gebäude. 01. Gute Schossen. Brücke zum Gewächshaus im Bett und vor. Unsere Blinken doch, ne? In alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt. Licht süßen. Hassan könnte drin sein. TV. Hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Beschädigt. Sekunde. TV. ER abschalten. Das Gewächshaus. Das ist dieses hier, ne? Wo sind unsere? Ach, unsere sind das hier. Die blinken doch, ne? Ja, genau. Wende Geschossen. Nicht auf die Gebäude feuern. Kein Lichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV-Freigabe, das Gewächshaus klapp zu machen. Bin ich das? Geschosse sind raus. Ach so, ah, hier kann ich umschalten. Arsch, ausschalten. Oh. Ach, okay. Das ist der Regenwerfer. Schön. Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger, versehen. Sieht sich. Sieht sich. Sie sind am Arsch. Aus, scheiße. Wo steckt der Wechser? Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist sechs Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rosolfo. Mach das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegungen der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Roger. Roger. Okay. Shadow 1, Truppenkontakt. Da geht den Wechser. Rechser, wir haben nicht hält. Shadow 1, ziele sich beim Wasserturm. TV, Verbündete unter Beschuss. Stelle sich kontaktieren. Gute Angriffe. Gut gemacht. Ziele beim Wasserturm, okay. Los, dass er willst. Den Wasserturm zerstört. Mann am Boden. TV, ich will eine Feuerwand um unsere Jungs. Lass die Hölzer regnen. Mehrere Tascher, gleich noch mal. Gut geschütze Graves. Riecht nass, lass ich. Treffer. Wo wird noch geschossen? Auf Aktivitäts achten. Gesichert. Wo steckt ihr? Ja. Wem geht's gut? Die Kugel steckt im Panzer. Bestätigt. Gut, dass du besser zielst als die. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft wir uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. Feuer frei. Kein Treffer. Schieß mit einer Rakete oder dem 40 Millimeter auf das Tor. TV, schieß eine Rakete oder 40 Millimeter auf das Tor. Da ist alles frei in die Richtung mit Buhl. Ghost, keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Roger, wir sehen euch. Achtung, Konvoi ist drei Kilometer entfernt. Beheilt euch. Bestätigt. Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch fünf Minuten drin. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Frechen durch. Shadow 1, Passport ist identifiziert. Er geht nach oben. Grave, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Zielperson möglicherweise identifiziert. Ja, das ist Hassan. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Sie sind kontaktlos. Alle ausschalten. Gut geschossen. Shadow 1, wir haben Hassan identifiziert. Nicht die Gebäude angreifen. Das Feuer von den Gebäuden fernhalten. 07, verstanden. Wir geben euch Deckung. Zielperson ist jetzt drin. Zielfestliches Gebäude. Unsere Leute machen das. Deckung geben. Richtig, kein ist das Spezialentheiz. Du kommst mit uns. Shadow 1, Bravo 07, Jackpot. Ich wiederhole, Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. Sehr gut. Wir haben es verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Hier ist Victor 1, 1. Evakuierung ist zwei Minuten. An alle Shadows. Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Roger, an alle Einheiten. Achtung, der Militärkonvoi nähert sich dem Zielgebiet. Bestätigt, Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht's weiter? Die gehörte zum Kartell. Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow, bitte komm. Verstanden. An alle Shadows. Mexikanische Armee gilt als feindlich. TV, du hast Feuerfreigabe auf dem Konvoi. Dann geht der frei. Guter Angriff. Guter Schock. Das ist gerade mal. Was ist aus? Wir parken ja noch welche. Da? Gardiner! Nicht auf die Gebäude zielen. So, wo ist noch was? In dem Gebiet rührt sich nichts. An alle Einheiten. Würde ich auch sagen. Keine viele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Shadow 1, verstanden. Exfiltration ist auf dem Weg. Sehr gut. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Chad. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und Ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Nähen uns an der Stadt im Norden. Warten ab. Achtung, Verbündetaten auf der Straße gehalten. Alle Einheiten, was dauert denn da so lange? Zero 1, Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte kardell sein. Markieren jetzt. Okay, wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV, wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. So, ihr Lieben. Halbe Stunde ist schon wieder um. Es hat wie immer, also wie letzte Mal auch mega Spaß gemacht. Total geil. Wie so ein Actionfilm. Ich bin geflasht. Wir müssen weiter zocken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht im Abspann ja einen Button zum Abonnieren. Und das nächste Video. Klickt gern drauf. Da geht dann die Serie einfach weiter. Ich würde mich freuen. Lasst ein Abo da und ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.